moin leute was geht hier ist wieder der geist heute möchte ich euch zeigen wie ihr die erste herausforderung hier von dem vom winterfest durchsuche die weihnachtsstrümpfe in der winterfesthütte lösen könnt und zwar geht ihr dafür hier oben auf die schneeflocke besucht die loge und dann haben wir hier schon den strumpf ganz einfach leute einfach gedrückt halten da sieht die schon wieder so nach links und rechts wackelt und jawohl und dadurch haben jetzt neue herausforderung freigeschaltet leute füge gegner schaden mit einem schneeballwerfer zu das erklärt sich ja von selber und das war's für heute falls euch das video gefallen hat leute lasst doch einen daumen nach oben ein abo wäre nicht schlecht ansonsten bis zum nächsten mal